Sven, Hanna, Wald, ein schriller Schreiverhalt. Hanna liegt in der Schlucht und wurde nicht alt. Was ist geschehen? Dort an den Klippen standen sie eng umschlungen. Von seinen Rippen stieß sie sich fort mit Schwung. Denn seinen Lippen entfuhr das Wort Veränderung. Und Hanna, Herz, Sprung. Weil sie genervt von Charlie schien, der wie immer über Roman herzog. Spricht Annette Louise an. Doch noch mehr interessiert sie dann. Bruce Lee, Alisha Kies. Den will sich jetzt Ursula von der Lein, äh, der Alisha. Nachdem sie mit Theo Zwanziger von Armin Möller stahl. Und jetzt sagt sie, pass auf, wie ich damit gleich vor Axel Prall. Komm Peter, jetzt du. Im Nebenraum zeigt David Cameron die Eis. Auf denen Thomas Anders und Dieter Bohlen. Als er das sieht, muss Harrison Ford. Doch noch eine Frage an Bernd Stelter. Was ist das Gegenteil von automatisch älter? Was ist das Gegenteil von automatisch älter? Die Antwort weiß ein Betreuer. Sie lautet Manuel Neuer. Sie lautet Manuel Neuer.